Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder Filmcheck und zwar James Bond jagt Dr. No. Und los jetzt an dem Intro. Viel Spaß! Ja, wieder ein älterer Film und zwar James Bond 007 jagt Dr. No. Also der aller allererste James Bond Film aus dem Jahre 1962. Ja, ihr merkt schon, das ist wieder ein Start einer neuen Reihe. Ich habe es ja schon mal in einem Video angekündigt. Es wird jetzt, ja, ich werde mir alle James Bond Filme angucken und zu jedem James Bond Film einen Filmcheck machen. Star Wars ist ja jetzt beendet, habe ich ja alle geguckt und zu jedem Filmcheck gemacht. Und jetzt geht es halt weiter mit James Bond. Aber keine Angst, es wird natürlich auch zwischendurch noch andere Filme geben. Neue Blockbuster und so weiter werden natürlich auch als Filmcheck kommen. Aber ja, wie gesagt, jetzt hier James Bond 007 jagt Dr. No. Ja, reden wir ein bisschen über diesen Film. Kommen wir kurz zu der Story. Ja, der Film fängt an, äh, in Jamaika waren wir, glaube ich, hab ich jetzt. Ja, fängt an in Jamaika halt, äh, ein Agent und seine Assistentin werden dort getötet. Ja, und dann kommt natürlich James Bond auf den Plan. Er soll da mal nachschauen, was ist da los, wieso ist dieser Agent verschwunden, getötet worden, was ist da passiert. Und er soll da halt nachforschen. Ja, das ist eigentlich schon die Grundstory. Ja, er trifft dann natürlich dort auf Widersacher, ähm, ja, forscht nach, findet natürlich einen Oberbösewicht, der natürlich sehr Böses vorhat. Und ja, das ist so die übliche James Bond Story. Ja, an erster Stelle muss ich eigentlich nochmal sagen, dass ich wirklich sehr, sehr großer James Bond-Fan bin. Also ich gucke diese Filme, äh, so regelmäßig, sag ich mal. Äh, ja, wie gesagt, die letzten habe ich jetzt, glaube ich, vor drei Jahren, habe ich die letzte Mal alle geguckt. Und jetzt ist mal wieder Zeit dran, die alle zu gucken. Ich, ja, ich mag James Bond einfach. Ist eine wirklich sehr, sehr gute Serie. Äh, wir haben da wirklich ab und zu mal ein paar Ausreißer, ja. Aber durchweg fand ich die immer cool. Als Kind habe ich die immer so gerne geschaut. Und ich habe bestimmt jeden James-Bond-Film, außer jetzt die neuen. Ich bin ja nicht so ein großer, äh, Danny Craig-Fan. Also, Danny Craig als Bond. Und, ja, habe ich bestimmt wenigstens alles schon über zehnmal gesehen, die ganzen Filme. Und darum muss ich sagen, äh, dieser Film, äh, Spannung hat er jetzt nicht so wirklich. Also ich hatte ihn ein bisschen spannender in Erinnerung. Kann natürlich auch sein, weil ich es schon so oft gesehen habe, äh, dass da jetzt die Spannung nicht so extrem ist. Aber das ist so ein Negativpunkt, äh, dass er, seine Spannung baut er halt auf. Man muss auch sagen, der Film ist von 62. Es ist ein sehr alter Film. Äh, die Spannung baut er halt dadurch auf. Wir sehen diesen Bösewichte erst zum Schluss. Wir wissen, wie er heißt, Dr. No, ist ja auch schon im Titel. Aber, wie gesagt, er kommt da nach Jamaika und alle haben irgendwie Angst vor irgendwas. Ja, und er weiß nicht wieso. Und dadurch wird so eine bisschen unterschwellige Bedrohung ausgemacht, dass es halt sehr gefährlich ist, dort auf diese Insel zum Beispiel zu gehen, wo Dr. No, ja, sein Labor hat, sagen wir es mal so. Und das baut so ein bisschen die Spannung auf. Aber an sich, ja, wenn man vielleicht das erste Mal sieht, ist er spannender. Muss man einfach vielleicht mal so sagen. Und was ist noch negativ, das ist einfach, man muss sagen, der Dr. No. Der Bösewicht ist noch ein Negativpunkt, weil hier finde ich, wie gesagt, diese unterschwellige Spannung, die er aufgebaut hat, diese unterschwellige Bedrohung, er wird ja nie gezeigt, bis zum Schluss nachher. Er taucht eigentlich erst die letzten, ich glaube, 20, 30 Minuten auf. Und da ist er auch nicht so wirklich überzeugend. Ja, okay, wir reden hier von James Bond, da sind die Bösewichte nicht immer so, wie soll ich sagen. Aber, ja, hier, der wirkt doch, wenn man ältere andere Bond-Filme kennt, wirkt der doch, ist es ein sehr schwacher Bond-Gegner. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Das ist ein Negativpunkt. Pluspunkt natürlich, Sean Connery spielt natürlich super. Er ist wirklich für mich auch immer der beste Bond-Darsteller noch. Ist hier wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier in dem ersten Film auch schon, wird diese Grundstimmung aufgebaut, diese James Bond-Grundstimmung. Wir haben zum Beispiel schon, M ist dabei, Miss Moneypenny. Ja, wir haben schon dieses, wie er anfängt, dass er dann zu M geht, seinen Auftrag bekommt. Zwischendurch diese Schickerei mit Miss Moneypenny, die Sekretärin von M sozusagen, falls das jemand nicht weiß. Und das ist hier schon wirklich, so in diesen Grundzügen, die sind hier schon fest verankert. Das Einzige, was hier noch fehlt, dass er noch keine Gadgets benutzt, dass er hier Q noch nicht dabei ist, weil er hat noch keine Ausrüstung. Nachher kommt ja noch seine Uhr, was er alles immer hat. Dass wir sowas hier noch gar nicht haben in dem ersten Film. Aber an sich, wie sagt Sean Connery, spielt super. Er ist wieder dieser Schommeur, der mit den Frauen redet. Ja, dieses James Bond-Feeling kommt hier schon sehr, sehr gut rüber. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Er bekommt für mich eine 4 von 5, obwohl er schon so alt ist. Man muss auch sagen, wenn man sich diese Blu-rays anguckt, die es jetzt gibt, das für so einen alten Film, der wirklich ein verdammt gutes Bild hat. Also da bin ich wirklich immer baff, wenn ich das sehe, wie klar und scharf und wie kontrastreich auch diese Farben sind in diesem Film. Dieser eine hier in seinem roten T-Shirt, da ist fast geblendet, so kräftig sind die Farben. Das einzige Nachteil an diesem guten Bild ist halt einfach, dass man sieht, da früher wurden die Schauspieler extrem geschminkt immer. Das war irgendwie auch durch die Kamera oder irgendwie so damals. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso das damals so war. Aber jedenfalls war das damals halt so, dass die Schauspieler extrem geschminkt wurden. Und das siehst du hier halt, wenn James Bond da mit seinem extrem roten Lippenstift, das hier Sean Connery, das sieht ja ein bisschen komisch aus. Aber sonst muss ich sagen, ist das wirklich, ja, der ist auch gut gealtert. Ja, wir haben ja da kaum Computereffekte. Wir haben ja da noch richtige Effekte, wenn da was explodiert und explodiert da wirklich was. Und da sieht man auch, das Einzige, was man immer negativ sagen muss, sind halt immer diese Verfolgungsjagden in Autos. Die wirken halt, wenn man den Sean Connery sieht, hinten mit der Leinwand und er dort lenkt, das wirkt natürlich sehr altbacken und billig. Aber halt anders war das damals halt nicht möglich. Und ja, wie gesagt, für mich wirklich ein sehr, sehr guter Bond-Film. Vier von fünf kann man sich immer wieder angucken, bis auf diese paar kleinen Schwächen, die er hat. Aber an sich wirklich ein sehr, sehr guter Bond-Film. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ja, schreibt mir aber noch, was haltet ihr so von diesen ganzen James-Bond-Filmen? Was ist euer James-Bond-Liebling? Und ja, wie gesagt, ich schocke mir jetzt alle Filme an. Wird nach und nach, wird es da halt immer einen Filmcheck zu geben. In diesem Sinne, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.